Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 480 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann.